Und genau diese Frage will ich weitergeben an unseren Korrespondenten Ulf Röller in Brüssel. Herr Röller, hallo erstmal. Hallo, grüß Gott. Herr Röller, wie ging es Ihnen damit, diese Deutlichkeit in der Aussage, in der Einigkeit auch von Xi und Macron, was die Aufnahme von Friedensgesprächen angeht? Ich will jetzt nicht gleich Salz in die Suppe gießen, aber für mich ist das doch sehr vieles verbales Geklimper, wo beide ihre Rolle als Friedensvermittler spielen wollen. Macron präsentiert sich ja hier in Peking, wo er einen Riesenempfang bekommen hat, quasi als die Führungsnation Europas. Und das ist mit Sicherheit sehr schön, auch für das Ego des französischen Präsidenten. Und da will er natürlich auch als Friedensvermittler aktiv sein. Das ist auch okay, aber hat er wirklich etwas bekommen dafür? Eigentlich nur von Xi die Aussage, dass auch Xi für Frieden ist. Das ist nicht wirklich neu. Xi sagt ja, dass er in diesem Konflikt neutral ist mit Russland. Aber was er macht, ist das Gegenteil. Er steht seng an der Seite von Russland. Und da habe ich keinerlei Bewegung gesehen. Also die Optik, man sieht das ja auch in den Schlagzeilen, sind groß. Friedensverhandlungen sollen beginnen. Aber in der Sache, über was es wirklich gehen soll, wo Zugeständnisse sind, wo Kompromisse sein sollen, ist nicht sichtbar. Insofern, glaube ich, muss man da ein bisschen Abstriche machen. Das hat viel auch mit, sage ich mal, mit Ego zu tun von den beiden Staatschefs. Herr Röller, Sie haben die Frage gerade aufgeworfen. Was hat er bekommen? Ich formuliere es mal ein bisschen um. Was will Macron eigentlich? Mit welcher Agenda ist er nach Peking gereist? Also, wenn man sich die beiden ja anguckt, Ursula von der Leyen und Macron, hat man das Gefühl, dass Macron eigentlich denjenigen gibt und die Rolle für sich entschieden hat, wo es vor allem um seine nationalen Interessen geht. Er hat doch, die Bilder haben wir gesehen, viele Wirtschaftsabkommen bekommen. Und er war diese Wirtschaftsabkommen, hat er deshalb auch bekommen, weil er in direkter Kritik vor Xi doch eigentlich keine Kritik gemacht hat. Er war sehr, sehr vorsichtig in seinen Formulierungen. Man muss zum Beispiel sehen, dass er Formulierungen formuliert hat, wie das beide ja an das Völkerrecht glauben. Wenn man sich aber die Politik von Präsident Xi anguckt, ist es doch teilweise eine andere. Also, er hat jede Konfrontation und Kritik vermieden. Ich glaube, wie gesagt, es geht hier um nationale Egoismen des französischen Präsidenten, der vor allem volle Auftragsbücher braucht und sich ein bisschen, wie gesagt, als einer präsentieren will, der eben die enge Beziehung zu Präsident Xi hat. Da war wenig Distanz zu erkennen. Das wird Macron ja auch von vielen vorgeworfen, dass er diese wirtschaftlichen Interessen, Eigeninteressen, Egoismen, sagen Sie, über alles stellt. Das machen andere Staaten doch aber auch. Deutschland agiert ja eigentlich nicht anders im Verhältnis und mit Blick auf China. Absolut. Ich glaube, was man einfach realistisch sehen muss jetzt an diesem Besuch, ist ja das Umfeld, das dieser Besuch quasi vorher hatte. Wir haben diese sehr kritische Rede von Ursula von der Leyen gesehen, wo sie ja doch deutlich gemacht hat, dass China eben auch ein strategischer Rivale ist, der das Völkerrecht nicht immer toleriert und nicht respektiert. Sie hat auch deutlich gemacht, dass China seine wirtschaftlichen Interessen eben dazu benutzt, um andere Länder auch in Europa zu erpressen und dass man dagegen halten muss. Das fand sich alles, wie gesagt, bei Macron nicht wieder. Aber es stimmt wahrscheinlich, wenn wir von dieser neuen Strategie der EU hinsichtlich China sprechen, die ja nun von vielen als konfrontativer beschrieben worden ist, muss man sagen, wenn man jenseits der Worte mal danach guckt, wie es wirklich aussieht, haben wir einmal die großen nationalen Interessen von Frankreich. Das hat sich in den vielen Wirtschaftsverträgen gezeigt. Aber auch eine andere Zahl, zum Beispiel Deutschland. Es ist jetzt eine Studie rausgekommen, dass die deutsche Industrie Rekordniveau in Investitionen in China gehabt hat, als man noch nie so viel Geld in China investiert wie 2022, 2022. Und daran sieht man, dass zwischen den Worten, die man macht, zwischen der Rhetorik, die man hat, und den Tatsachen doch eine große Lücke klafft. Vielleicht, Herr Röller, können Sie es nochmal gegenüberstellen, um es ein bisschen klarer zu machen. Was will Macron auf der einen Seite von diesem Besuch, was will Ursula von der Leyen auf der anderen Seite von diesem Besuch? Ich glaube, Macron will einmal sehr banal Aufträge von diesem Besuch. Er will einmal auch als Führungsnation Europa anführen und dafür wahrscheinlich auch sorgen, dass man eben nicht zu eng nur an Amerika rangeht. Er will also diese Unabhängigkeit Europas etablieren. Ich glaube, bei Ursula von der Leyen auch ihr Eingangsstatement, das konnte man schon sehen. Von der Leyen hat sich jetzt schon mit Macron und Xi getroffen. In ihren Eingangsworten war sie nicht so kritisch wie in ihrer Rede. Okay, da sitzt nun auch der Präsident Xi. Da ist es auch schwieriger, direkt ihn mit den Botschaften zu konfrontieren. Aber ich glaube, Ursula von der Leyen ist es doch wirklich daran gelegen, Europa darauf wirklich auch geistig, darauf vorzubereiten und klarzumachen, dass man zunehmend unabhängiger von China werden muss. Sonst läuft man in die Falle rein, die man in Russland gehabt hat. Vielleicht eine Sache. Es ist wahrscheinlich für eine EU-Kommissionspräsidentin, die eben für Gesamteuropa zuständig ist, fast einfacher, sowas zu fordern als für Regierungschefs, die eben für Arbeitsplätze in ihrem Land zuständig sind. Und da spielt eben China eine gigantische Rolle als Wirtschaftsmacht. Wie sehr spricht denn aber, weil Sie gerade eben auch nochmal klargezogen haben, was Ursula von der Leyen will von diesem Treffen, wie sehr spricht die Europäische Union da mit einer Stimme? Ich frage das, weil ich mich zurückerinnere beispielsweise an eine Aussage des EU-Außenbeauftragten Borrell, der zum einen gesagt hatte, als Xi und Putin sich getroffen hatten, die Welt sei sicherer gemacht worden durch dieses Treffen, da also in gewisser Weise die Wichtigkeit von guten Beziehungen zu China hervorgehoben hat. Und ja auch gestern nochmal im Rahmen des NATO-Außenministerinnen- und Außenministertreffens gesagt hat, im Prinzip, es geht nicht ohne China. Also für mich wirkt das so ein bisschen wie Good Cop Ursula von der Leyen. Nee, anders. Good Cop in dem Fall Herr Borrell und Bad Cop Ursula von der Leyen. Also die Aussage von Herrn Borrell, dass das Treffen zwischen Xi und Putin gut gewesen und hilfreich ist, da weiß ich nicht ganz genau, wo er hin will mit dieser Aussage. Eigentlich sind doch die meisten in Europa und der EU doch sehr davon, macht ihn große Sorgen, dass dieses Verhältnis zwischen Putin und Xi ebenso eng ist, dass es eine Freundschaft ist, die grenzenlos ist, wie Xi gesagt hat. Und man ja auch sieht, dass Xi sehr deutlich macht, wie bedeutsam Putin ist. Er ist quasi Putin, Russland ist die Tankstelle Chinas. Also China versucht alles wirtschaftlich, um Russland im Spiel zu halten. Und es gibt die große Sorge ja seitens der EU und auch der Amerikaner, dass die Chinesen irgendwann mal Waffen liefern. Und das wäre dann die große, große Katastrophe. Insofern ist das Verhältnis zwischen Xi und Putin eher eins, das für Sorgen in Europa sorgt. Und ich glaube, dass Frau von der Leyen, wie gesagt, deutlich machen will, bei allen nationalen Interessen, dass man doch eben, wie gesagt, sehr behutsam mit China sich langsam, sie sagt dann immer, die Risiken minimieren muss in diesem Verhältnis, dass man also zwar sich nicht völlig abkoppeln kann, dafür ist China zu wichtig, aber dass doch jeder in Europa sich darüber im Klaren wird, dass China ein strategischer Rivale ist, ein schwieriges Land ist. Und das ist eben für Ursula von der Leyen auch sehr deutlich geworden, durch das enge Verhältnis, das Xi mit Putin hat. Und das ist problematisch. Einschätzungen waren das zum Besuch des französischen Präsidenten Macron und EU-Kommissionschefin von der Leyen in China, von unserem Korrespondenten Ulf Röller in Brüssel. Vielen Dank dafür, Herr Röller. Gerne.